Servus Leute, was geht und willkommen bei einem neuen Video. Ja Leute, heute mal etwas anderes. Mein Cousin ist umgezogen, die haben sich ein Haus gekauft und jetzt wird dort gearbeitet. Gehen gleich noch rüber und helfen denen ein bisschen Leute. Und nochmal kurz an ungespielt, unge- sorry, 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 wegen dieses eine Woche Pommes essen, dass ich das leider so katastrophal aufgenommen hatte, dass ich kein Fazit am Ende hatte und und und. Und wie gesagt, beim nächsten Mal mache ich es besser, Digi. Und Leute, ich würde sagen, ich ziehe mich mal ganz kurz um. Hey, warum geht das nicht mehr? Klappt nicht, Alter. Servus Leute, was geht? Ich versuche, Servus Leute. Servus Leute. Servus. Leute, was geht? Leute, ich bringe ihr das noch bei. Ungespielt. Mimi, das hier ist kein Greenscreen. Das ist der echte Garten. Ja, da muss noch viel gemacht werden. Auf jeden Fall ziehe ich mich jetzt um, Leute, und sehen uns gleich wieder. Warum geht das nicht mehr? Wow, Leute, ich bin jetzt fertig angezogen. So, ich würde sagen, Leute, die Arbeit kann beginnen. Und was war das denn, Alter? Auf jeden Fall bin ich jetzt fertig, warte jetzt auf die Jungs, dass sie mich abholen, Leute, und dann wird geackert, Alter. Geackert wird dann. Wir sehen uns gleich wieder, Freunde. Macht's gut und haut rein. Warte mal, ganz kurz, Leute. Morgen kommt ein abnormal geiler Vlog, Leute. Also hoffe ich zumindest. Leute, eine Stunde habe ich auf die gewartet, wenn nicht sogar noch länger. Und endlich sind die da, Alter. Und dann sagen die immer, beäld dich, beäld dich. Kleine Stunde. Ey! 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 Leute, wir sind jetzt angekommen. Was geht ab, Jungs? Arbeit, Arbeit. Es geht schon direkt los, ey. Leute, ich fühle mich automatisch nicht hier reinkommen. 60 Jahre alt. Boah, Leute, das hier wird eine Arbeit, Alter. Ich muss alles ab, ey. Diese kompletten Tapeten, alles muss weg. Ich muss alles ab, ey. Wir chillen und dann noch Shisha raufen, ne? Ja, ich will es. Sag mal Hallo. Die Grüße gehen raus an die Verwandten, Bekannten, an alles. Ohrstöpsel und Fliegel. Ihr Poet 몇! Klatschen! Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Warme Nacht. Das geht nicht gut. Das war's für heute. 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 So, Leute. Jetzt geht's gleich weiter. Ich beende mal das Ganze. Hoffe, dass es euch gefallen hat, Freunde. Und würde sagen, wir sehen uns dann morgen, Leute, beim Vlog, Alter. Jetzt wird weiter geackert, Leute. Und wir sehen uns dann morgen beim neuen Video wieder. Macht's gut und haut rein, Leute. Leute, gebt euch mal sein T-Shirt. Richtig geil, Alter. Halt mal fest. Jetzt ist es nur zum Arbeiten, mal. Leute, kennt ihr das? Man vergisst einmal seinen Hausschlüssel. Ein einziges Mal. Und es ist keiner zu Hause. Ja, moin.